Wird Dogecoin auf Twitter integriert? Ethereum braucht 99,9% weniger Strom und hat Bitcoin eventuell ein sogenanntes Double Top erreicht? Das und mehr in dem CryptoMarket Talk diese Woche. Diese Woche sprechen wir über Bitcoin und Ethereum. Spannende Nachrichten aus beiden Ökosystemen. Auf der einen Seite Trading-seitig und auf der anderen Seite Infrastruktur-seitig. Und danach werden wir zu Dogecoin springen. Ja, wir sprechen über ein Meme-Coin an dritter Stelle diese Woche. Wir werden aber noch ganz kurz über AVE sprechen und dann noch ganz kurz einen Blick zu Cosmos bzw. Atom werfen. Springen wir aber zuerst noch in diese News-Story. Es geht um den FOMC-Countdown, nämlich die Federal Open Market Committee, welche ja am 1. und 2. November stattfinden wird. Man erwartet, dass die Fed eventuell wieder 75 Basispunkte, vielleicht 50, vielleicht 100 Basispunkte entsprechend anheben wird. Momentane Statistiken oder Erwartungen, Wahrscheinlichkeiten zeigen darauf hin, dass wir sehr wahrscheinlich 75 Basispunkte, wenn nicht sogar 100 Basispunkte, etwa 81%ige Wahrscheinlichkeit sehen werden. Nur 19% hier zwischen 50 oder 75 Basispunkten etwas dazwischen. Ich glaube, 50 würde viele Leute überraschen. Ich glaube, wir werden irgendetwas zwischen 75 und 100 landen. Sollten wir auf 50 landen, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass die Kurse nochmal durchstarten werden. Spezifisch Bitcoin wird hier von einem Double Top gesprochen, welches ja hier entsprechend zu sehen ist. Danach eine kleine Korrektur auf knapp 20.100 US-Dollar. Und danach würden wir entsprechend diese Grenze von diesem Double Top brechen, die 21.000 US-Dollar Grenze und danach entsprechend ansteigen. Sehr, sehr spannende Zeit, aber es gibt auch andere Trader, die schlussendlich sagen, es könnte durchaus auch eine Manipulationszeit sagen. Sagen nämlich genau, dieses Double Top ist diese Manipulationszeit. Wir werden sehr wahrscheinlich um das FOMC-Meeting herum diese Korrektur sehen. Das könnte natürlich darauf hindeuten, dass die FOMC oder die FED in diesem Zusammenhang, sagen wir 100 Basispunkte, das Ganze anhebt. Das wiederum könnte den Markt entsprechend, ich sage mal in Anführungsstrichen, stürzen. Wieso das eventuell auch noch mit Dogecoin zusammenhängt, werden wir gleich anschauen. Ich muss noch hier kurz diesen Trade oder diesen Chart noch beenden. In diesem Fall, bei diesem Trade würde es nämlich darum gehen, dass nach der Korrektur wir quasi diesen Boden von knapp 14.000 US-Dollar erreichen würden und erst dann wieder ansteigen würden. Also der Krypto-Capo sagt, diese Korrektur werden wir nochmal brauchen. Morgan Stanley sieht das Ganze anders. Sie sagen, momentan sind 78% der Bitcoin nicht in den letzten sechs Monaten in Transaktionen verwendet worden. Das deutet ein bisschen darauf hin, dass viele Leute eine positive Preisentwicklung erwarten, sehr, sehr bullish sind. Wir müssen aber auch sagen, die restlichen 22% sind von den sogenannten Short-Term-Investors gehalten. Und die haben ihren Break-Even-Preis bei etwa 22.300 US-Dollar. Das heisst, wenn wir das beide jetzt mal kombinieren würden, wäre eine Möglichkeit, dass der Chart hier auf die 22.3 steigt, danach ein grösserer Abverkauf stattfindet und wir die Korrektur gegen unten eventuell erleben. Und wenn das natürlich dann noch mit dem Preis bzw. der Fed-Rate-Hikes zusammenkommt, dann könnte das bereits schon Mittwoch passieren. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht, dass wir solch eine Steigung bis Mittwoch sehen werden. Von daher diese 22.3 Grenze, die müssen wir uns einzeichnen. Wenn wir also hier den Chart anschauen, wie gesagt, wir können uns mal diese 22.3 kurz einzeichnen hier. Ich glaube, das ist schon noch eine wichtige Grenze, die wir im Auge behalten müssten. Und da müssen wir natürlich schauen, ob Bitcoin diesen Preis vermag. Jetzt das McDonald's M hier mit dem Double Top bedeutet, wie gesagt, dass wir nach diesem Double Top eine kleine Korrektur und dann die Durchbrechung des Double Top auch erleben werden. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie gesagt, ob wir hier nicht nochmal eine stärkere Korrektur sehen würden. Wie gesagt, der Crypto Capo sagt ja, dass wir hier nochmal eine entsprechende Korrektur sehen und danach langsam aber sicher wieder ansteigen könnten. Wenn wir so ein bisschen rein vom Range her schauen, hat der Trade sehr, sehr gut funktioniert in den letzten Wochen. Ging sehr, sehr gut auf. Von daher absolut tolle Range hier, die wir traden konnten. Wäre jetzt aber langsam natürlich wieder an der Zeit, dass wir entweder eine neue Range definieren beziehungsweise, dass das Ganze wieder spannender wird. Auch spannend, ein Statement von Vitalik Buterin, Mitgründer von Ethereum. Er sagt nämlich, ich glaube nicht, dass wir enthusiastisch und mit Motivation hinter dem institutionellen Geld hinterherrennen sollten, denn die Krypto-Industrie sei noch nicht bereit dafür. Wir brauchen noch eine gewisse Zeit, dass wir die Produkte, die Protokolle, das Ökosystem an Reife gewinnen. Und er sagt auch, er finde es nicht schlecht, dass der ETF oder der Krypto-ETF nicht glanziert wurde beziehungsweise nochmal verschoben wurde. Und was er da natürlich ganz klar anspricht, ist nicht nur Ethereum oder Bitcoin selber, sondern eben auch die Ökosysteme beziehungsweise die Unter-Apps. Das bedeutet, wenn wir natürlich Ethereum haben und innerhalb von Ethereum, also auf der Ethereum-Blockchain, eine neue Applikation haben, die sagen wir sehr, sehr schnell sehr populär wird, da aber einen Hack erlebt und da irgendwie zwei- oder dreistellige Millionenbeträge gestohlen werden, das ist eben genau das, was man vermeiden möchte. Und das ist eben genau auch diese Unreife, die wir in dem Kryptomarkt nach wie vor sehen und spüren. Das heisst, sehr, sehr realistisch, dass wir natürlich eine gewisse Reifezeit nochmal brauchen. Aber wie gesagt, auch hier nochmal, Vitalik Putin spricht nicht vom Bitcoin oder vom Ethereum-Protokoll an sich. Wobei, wenn wir das Ganze aus Ethereum-Perspektive anschauen, auch hier fehlt es ja noch an Skalierbarkeit. Das bedeutet, auch Ethereum muss da entsprechend noch seine Hausaufgaben machen, bevor wir hier in den grösseren Bereich von institutionellen Kapital steigen sollten. Was allerdings positiv ist, da können wir auch mal kurz weiterspringen, können uns diese Statistik anschauen, die sogenannte Ethereum Energy Consumption, da sehen wir natürlich nach dem Merch am 14. und 15. September herum, gab es eine extrem starke Korrektur, das ist aber nicht die Preiskorrektur, sondern eben der Stromverbrauch von Ethereum. Momentan, ja, schätzungsweise Tera Watt Hashes per Year weniger als 0,01. Was wir hier interessanterweise auch sehen, zum Beispiel das Gold Mining hier mit 240, wir haben hier dann natürlich noch Bitcoin, Proof of Work, Ethereum mit 112. Und ganz interessant ist, dass hier YouTube auch genannt wird. Das wusste ich ehrlich gesagt nicht, spricht lustigerweise niemand über YouTube, wenn es um Energy Consumption geht. Aber unabhängig davon, die wichtige Zahl hier ist diese 0,01 bei Ethereum Proof of Stake. Bedeutet, so viel wie Ethereum Proof of Stake hat etwa 99,9% weniger Stromverbrauch als Proof of Work. Und das wiederum könnte, wie gesagt, auch spannend für die institutionellen Investoren sein, die eventuell jetzt auch auf der Seitenlinie warten. Rein vom Trade her, wenn wir uns das Ganze anschauen hier, hat Ethereum wieder mal ein bisschen stärker zugelegt, keinen Double Tap erlebt. Das heisst, wir haben den Double Tap bei Bitcoin, nicht aber bei Ethereum. Denn Ethereum könnte sehr wahrscheinlich auf die 1.700 US-Dollar zusteuern. Danach, sollte es wie gesagt eine Korrektur geben, erwarte ich hier eine Korrektur auf die knapp 800 bis 900 US-Dollar Preise. Sollte es eine stärkere Korrektur gehen, das müssen dann eher die Pessimisten sagen, sage ich mal, fallen wir da sicher auf 650 US-Dollar. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht. Hingegen glaube ich, dass um die 800 bis 1.000 US-Dollar durchaus realistisch sind. Meiner Meinung nach sollten aber die 1.000 US-Dollar als Grenze quasi entsprechend halten. Springen wir weiter, sprechen über Dogecoin. Ja, wie gesagt, an dritter Stelle im Crypto Market Talk diese Woche. Da müssen wir fairerweise natürlich darüber sprechen, dass 62% der Dogecoin-Halter im Profit sind. Hauptsächlich, weil sie eben gewisse Hoffnung haben, dass Elon Musk, der ja am Freitag Twitter offiziell übernommen hat, da er seinen ersten Arbeitstag gehabt hat und auch mal gleich das Management rausgeworfen hat und auch einigen Mitarbeitern gekündet hat, nun eventuell sogar Dogecoin integrieren könnte. Das Gerücht, wieso das passieren könnte, ist vor einigen Wochen bzw. Monaten entstanden. Da hat Elon Musk nämlich gesagt, ja, wäre eine coole Idee, wenn wir Dogecoin integrieren würden. Ob er es schlussendlich jetzt gerade auf der Roadmap hat, das weiss man natürlich nicht. Sehr realistisch ist allerdings, dass man Dogecoin für Tipping, also quasi wie Trinkgeld, eigentlich verwenden könnte. Etwas ähnliches ist ja momentan der Fall auf zum Beispiel Reddit. Da kann man nämlich dieses Tipping machen und diese kleinen Geldbeträge, die waren schon 2014 und 2015 auf Reddit zum Beispiel sehr, sehr beliebt. Weiter sind Gerüchte herausgekommen, zum Beispiel, ich glaube am Freitag oder am Samstag, dass Twitter sehr wohl an Blockchain und Krypto-Applikationen interessiert ist und dass man das entsprechend zusammenführen möchte. Also das könnte durchaus nochmal eine spannende Sache sein. Die Dogecoin-Investoren liegen da vielleicht gar nicht so falsch. Was aber wichtig ist, ist, dass etwa das Open Interest für Dogecoin Futures momentan 647 Milliarden US-Dollar beträgt. Das ist eine Riesenmenge und da wäre es natürlich jetzt auch wieder interessant, die Longs zu Short-Verteilung zu sehen. Aber schlussendlich gehe ich davon aus, dass viele Leute nach wie vor Long hier sind. Also wir sehen hier, wenn wir vielleicht die Grafik hier kurz vergrössern, können wir sehen, ein grösserer Teil, also die Mehrheit ist immer noch Long. Und das wiederum zeigt mir so ein bisschen, dass wir am Mittwoch eventuell doch nochmal eine volatile Phase erleben können. Wieso? Auf der einen Seite haben wir FOMC-Meeting. Wenn jetzt das FOMC-Meeting rauskommt und sagt, 100 Basispunkte, wie eine stärkere Korrektur erleben, Bitcoin in den Keller stürzt und somit eigentlich die Kettenreaktion von diesen Dogecoin Futures quasi mitreisst, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir nochmal eine stärkere Korrektur erleben könnten. Also es sind so zwei, drei Teile, die eigentlich zusammenspielen könnten. Rein hier von der Preisentwicklung ganz interessant. Diese Grenze von 15 US-Dollar scheint relativ stabil zu halten. Der Boden hier von knapp 4 oder 5 US-Dollar scheint auch relativ gut zu halten. Und jetzt ist wie gesagt eine ganz, ganz grosse Frage, was am Mittwoch passieren wird. Denn wenn wir am Mittwoch diese kleine Korrektur und dann den Jump sehen, weil wir auf 75 Basispunkte Erwartung eigentlich auch gestossen sind, werden wir kurzfristig die Korrektur sehen und danach entsprechend steigen. Oder aber bei 100 Basispunkten wird es fester rütteln. Bei 50 Basispunkten würden wir direkt durchstarten und durch diese 15 Cent springen. Wir dürfen aber nicht vergessen, vom absoluten Höhepunkt knapp 73 Cent oder 73 Cent US-Dollar Cent sind wir hier nach wie vor noch sehr weit davon entfernt. Auch das November 2021 Maximum ist hier noch nicht erreicht worden von knapp 30 Cent. Von daher könnte eine sehr, sehr spannende Sache sein. Weiter sprechen wir über Awe. Denn Awe möchte mit Oasis, und Oasis ist die Applikation, die von Maker entwickelt wurde, eine Art neues Staking-Ethereum-Produkt rausbringen, bei welchem sie Awe mit Oasis nutzen möchten, um die Staked ETH von diesem Liquid Staking Provider Lido Finance zu brauchen. Das Ganze funktioniert folgendermassen. Wir haben hier eine Grafik. Man hat 10 Ethereum zum Beispiel. bringt diese auf Awe mit rein und hat dann die Möglichkeit quasi, beziehungsweise man nimmt die 10 Ethereum, holt sich 10 Staked Ethereum auf Lido Finance. Diese 10 Staked Ethereum zahlt man dann auf Awe als Deposit ein und borrowed sich dann entsprechend, sagen wir 7,5 Ethereum wieder raus. Diese Ethereum staked man dann wieder auf Lido Finance, borrowed sich dann wieder ein Teil mit 75% eben von dem Gesamtbetrag. Und das macht man so weiter, bis man schlussendlich mehr oder weniger auf Null kommt. Und das Interessante ist jetzt, dass Awe und Oasis vorhaben, das Ganze in eine Transaktion zu packen. Also von 10 ETH runter rekursiv quasi zu Staked ETH, zu dann wieder ETH und so weiter und so fort. Das hört sich eigentlich nach einer lustigen Idee an. Ich würde aber sagen, das ist eine lustige Idee für den DeFi-Bullenmarkt, nicht unbedingt für den Bärenmarkt. Das ist nämlich eine ziemlich riskante Sache, wenn die Staked ETH Packs eben nicht halten würden. Das bedeutet, momentan gehen wir davon aus, dass Lido Finance und der ST ETH Preis relativ stabil auf 1,1 halten werden. Wenn jetzt aber Lido Finance gehackt wird, wenn eine Lücke im Smart Contract gefunden wird oder wenn irgendwie sonst das ST ETH den Preispack nicht halten kann, dann würde es eine stärkere Korrektur gehen. Und das wiederum würde Awe, aber auch Maker, DAI und dann schlussendlich auch ETH mit runterreissen. Und das ist eben ein Risiko, das möchte man grundsätzlich in diesem Markt vermeiden. Weiter sprechen wir hier noch über eine spannende Entwicklung, nämlich Coinbase sagt, dass sie die Monetary Policy Changes von Atom bzw. Cosmos im Auge haben und dass sie das Ganze ein bisschen genauer betrachten möchten. Denn Stand heute bis jetzt ist es in der Cosmos Blockchain so vonstatten gegangen, dass man als Atom Holder nicht wirklich davon profitieren konnte, wenn die Cosmos Blockchain genutzt wurde. Stichwort Terraluna. Terraluna war ein 2-3-stelliges Milliarden-Projekt-Ökosystem, aber als Atom Holder hatte man eigentlich nie einen Vorteil davon, dass Terraluna ja auf Cosmos gelaufen ist. Natürlich die Blockchain dahinter, die ist gelaufen, hat alles so funktioniert, wie es hätte sollen, aber als Atom Holder hatte man da entsprechend nie den Vorteil. Jetzt hat ja Cosmos mit dem Atom 2.0 White Paper entsprechend weitere Entwicklungen angekündigt und da eine sehr wichtige Entwicklung ist eben die Issuance, also die Auszahlung und Herausgabe von den Atom Tokens und die muss grundsätzlich nochmal überarbeitet werden, um vor allem den Atom Holdern einen entsprechenden Vorteil zu bringen. Ob sie das hinbekommen, ob eben Coinbase und andere Börsen dann das Ganze auch unterstützen und das Ganze gut finden, das werden wir noch sehen. Ich glaube, für die Cosmos-Interessenten ist es momentan eine sehr, sehr spannende Zeit, da im Ökosystem mitzuhelfen, aber eben, wie gesagt, diese Monetary Policy Changes, die müssen noch durchkommen. Das war es vom Crypto Market Talk diese Woche. Unbedingt diesen Kanal abonnieren, um keinerlei Kryptonachrichten zu verpassen. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Machen Sie es gut und bis dann. Machen Sie es gut. Machen Sie es gut. Machen Sie es gut. Im Kommen. Bis zum nächsten Mal.